Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Zurückkehren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Kehrt zurück. Kehrte zurück. Ist zurückgekehrt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich kehre zurück. Du kehrst zurück. Er kehrt zurück. Wir kehren zurück. Ihr kehrt zurück. Sie kehren zurück. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich kehrte zurück. Du kehrtest zurück. Er kehrte zurück. Wir kehrten zurück. Ihr kehrte zurück. Sie kehrten zurück. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Du bist zurückgekehrt. Er ist zurückgekehrt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich kehre zurück. Du kehrst zurück. Er kehre zurück. Wir kehren zurück. Ihr kehret zurück. Sie kehren zurück. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich kehrte zurück. Du kehrtest zurück. Er kehrte zurück. Wir kehrten zurück. Ihr kehrtet zurück. Sie kehren zurück. Den Schluss macht der Imperativ. Kehre zurück du. Kehren zurück wir. Kehrt zurück ihr. Kehren zurück sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb zurückkehren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Junge. Dann gebt uns zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank.